Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Folge WoW Let's Play Together mit dem lieben Masterlord Jo, 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 jo Äh, das war ein paar just zu viel So, wollen wir weitermachen? Bin schon, aus dem Weg Mein Bild dreht sich einfach um mich selbst Okay Okay Oh Oh, das geht auch Oh, das geht auch Oh, das geht auch Okay. Okay. Oh, 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 oh. Es ist zu weit entfernt. Weitestunde. Weitestunde. So. 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 Dort hinten liegt auch nochmal eine Leiche. Danke. also kommst du wieder ja ja hab ich auch noch nicht geblendert ach, Kräuterkräuter wo bist du? ich hole was ich bring hier was mit oder auch nicht na, schon tot das ist zu weit entfernt nichts nichts alles ich muss näher ran ich muss näher ran so, aber das ist nicht da ich muss nicht mehr ran ich muss nicht mehr ran ich muss nicht mehr ran ja abgeschlossen ein ist abgeschlossen im News sind zwei abgeschlossen das ist wieder kommst du? ich brauche immer noch spinnen spinnen und Felser ich kann noch keine Quest zu kriegen das heißt hier ist eine Spinne warum ist es? ich bin die habe ich abgeschlossen die habe ich abgeschlossen mit den Spinnen aus ich bin jetzt nur noch der Fugplatz ja da ist der runter die war überhaupt nicht sicher Ich pull mal, ne? Ach, morgen. Kommst du? Hier, hinter dir. ich bin außer reichweite einbruch da vorne ich muss näher ran das ist dann fertig ja aber hast du mal nicht gedacht ich muss nämlich auch die quest machen die spinnen brauche ich noch so jetzt kommt noch ein die letzte spinne habe ich dort gesehen ja unten am wasser ja 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 Kann ich euch helfen? Ich nehm das nicht an. Ich hab's ja trotzdem schon mal gemacht. Ich hab hier die Quest hier vorne. Braucht ihr Hilfe? Man sieht sich. Ich muss erstmal hier rein. Ehre dem König, Freund. Das Licht segne euch. Ich bin noch kein Level Up. Was kann ich für euch tun? Ich hab sie hier den Ehren gefreut. Nee. Der hier ist ein Devil 35er. Ja. Oh wow. Oh yeah. Ah, das ist auch nicht fest. Du bist. Du brauch die Hilfe für die Allianz. Das ist schon vorgelaufen, ne? Ich bin nur dabei, um die Quest abzugeben. Ja. Also eine. Das war's nicht. Ich warte auf dich. Hm. Wenn du hinterher kommst. Ich bin gleich drauf. Vielleicht. Hallo? Ja. Man sieht sich. Vielleicht jetzt ein Level Up. Ich bin ja Level... 15. Dann geht's nicht. Mögen eure Reisen sicher sein. Was kann ich für euch tun? Schönen Tag auf. Noch so eine Abgiebequist zurück. Mögen. Mhm. Mhm. Ich nehm die Crisp-Model an. Ja. Ja, die hab ich schon. Die hab ich schon angenommen. Die hab ich schon angenommen. Die am drinnen? Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Ich hab's noch nie auf dem. Ich hab's noch nicht mehr auf dem. Ja. Ich hab's noch nicht mehr auf dem. Hm. Ja, richtig? Nein. Die müssen wir nennen. Ja, ich hab schon. Gut. Das ist zu weit entfernt. Ja. Nein, ich hab einen. Nein, ich hab einen. Ja. Sieht. Okay. Ah, ich hab die Quest noch gar nicht abgegeben. Ich bin ganz Ur. Ah, klar, klar, klar. Weiter geht's. Jetzt müssen wir da nur in das Gebäude rein, ne? Wollen wir gleich ins Gebäude rein? Kommen wir. Okay. So, fertig. Und, weiter geht's. Das sind schon wieder. Ja, du führst mal. Fühl mich mal. Oh, no, no. Ich bin auch gleich. Wieso was essen? Naja. Ich bin mit ihm hier. Warte. Willst du Polen? Nein, hier müssen wir nichts machen. Bist du da hochgekommen? So. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ah, ein Maul. Sebastian, wo? Nein. Ok. Ok. So, die Quest haben wir durch den Söder. Wir müssen erst da allein. Ja. Lass uns erst mal rausnehmen lassen. Oha! Oha! Das sitzt da in Haus. Um. Ja, ja, ja. Fällig. So, reiht die raus. Ich bin in den hier. Ne, ich bin in den hier. Ja, warte. Haha, ist geil. Ist geil. So, die kommen schuldigen, laufenden Bäumen. Was sagt der Baum? Baumgart nochmal? Ich bin nichts. So, die kommen. Ich bin nicht dasselbe. So, das denn? Nimm. Erstmal nur annehmen, ne? Annehmen auch nicht, ne? So. Wie geht's? Nehm, natürlich. Warte. Hier ist keine. Eine Quest, da werden wir zum Markt gehen. Wo sind denn die Quest jetzt schon wieder? Da wo ich stehe, hier ist auch einer drin. Ah, da ist auch noch einer. Das Licht sei mit euch. Seid vorsichtig. Nicht da drin. Hier. Hier drin. Hm. Brauch die Hilfe. Lieb cool. Kein Plan. Hm. Wann Level 17? Was kann ich für euch tun? Siehe den Ehrenfreund. Da hinten noch eine Quest zum abgeben. Oh. 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 Ja. Ja. Oh. 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 Oha, ich habe jetzt eine neue Fertigkeit bekommen. Okay. Ich zeig sie dir mal. Warte. Sie ist nie cool. Bis da lang. Mal sehen, wie weit das geht. Ich gehe hier die Rechte ins Todmarsch. Mach schon zweit. Ja. So kann man hier vorausschauen, was es noch so gibt, ne? Wir sind schon weit, ne? Und welche Fähigkeit waren nochmal Talente mit? Talente? Ähm. N. N. Und die Fähigkeiten waren mit. Ich weiß nicht. Aber bevor wir weitermachen, die Folge ist wieder zu Ende. Und wir sagen damit Tschüss. 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 Tschüss.